Nun ist es so weit. Es ist zu Ende. Was? Was? Die Bombenangriffe auf unserer Städte machen Gutes. Es ist viel einfacher nur den Schutt wegzuschaffen als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell. Die viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Sie sind ein großes Geniespär. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sind die antiken Städte vor uns, der Kropolis. Wir sind die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja. Sperr. Das war meine Vision. Das ist sie doch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Sperr. Was meint Sie? Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rechtssitzlosen Medaille verbringen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblüßen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Erste Kontakte sind geknüpft! Seien Sie vorsichtig! Das ist Landesverrat! Ach, Wegelein! Da habe ich ganz andere Sorgen! Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Macht Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie haben... Die spätere Abend ist zu lieber, die Gäste! Meine Herren! Sie sind schon im Aufbruch! Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen! Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen! Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort! Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohen Lüchten! Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Staat in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen! Ja! So! Sie sind gekommen! Mein Führer! Ist das gut? Setzen wir uns! Es wäre mir leicht, davonzugehen! Nur dieser eine Augenblick! Ich musste es Ihnen sagen! Ich musste es Ihnen sagen! Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen! Also sie fern! Gut! Auf Wiedersehen! Ich wünsche Ihnen alles Gute. Der Führer will sich verabschieden. Kommt jetzt. Der Führer will sich verabschieden. 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 Sag mal, bist du wahnsinnig? Neben deinem Scheißbein ziehen sie dann raus und packen. Er ist ja lieber still. Zurückchen! Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Scheißerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Adleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Wir wissen, wir sollen eine Eisenbahnbaracke über die Oder haben. Nein, ich bin im Bildpark Werder. Ich habe aufregung in der Stadt. Wir wissen, wir sollen eine Eisenbahnbaracke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Führung sofort aufringen! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Die Eisenbahnbrücke über die Orgermeister. Die Eisenbahnbrücke über die Orgermeister. Und ich mache die Er códigen Vorbereits. Die Eisenbahnbrücke über die Orgermeister. Und ich mache die Erdmüter. Die Eisenbahnbrücke über die Oder. Sie läuft hier ein, als die Abenteuerung über die Orgermeister. Wie sieht man bei der Francherei aus? Vielen Dank.